Hey yo, willkommen zu ein paar weiteren Star Citizen News. Heute, Roadmap Roundup. Und es ist ein gutes Roadmap Roundup. Das kann ich euch mal sagen. Das wird... Danke, One Human, das habe ich echt vermisst. Natürlich, erstmal wieder die Leute abfeiern. Timme, 474, danke für deinen Follow, während ich offline war. Und genauso viel Dank an Insane Alex. Ich nehme an, die Zahlen sollte ich so aussprechen. Fantastisch. Aber natürlich, wir sehen Merch. Merch, wir müssen doch zuerst das Merch angucken. Get the latest Merch. Ja, geil. Geil. Aber das ist nicht so mein Stil. Ich gebe lieber mein Geld für JPEGs aus. Also wenn sie mir so ein Bild hier von der Tasse schicken. Okay, aber die echte Tasse? Nee. Das ist nicht so. Aber es ist eine coole Tasse, muss ich sagen. Auch hier das Drag-Poster und so weiter. Es sind coole Sachen dabei. Wer möchte? Klar, warum nicht? Und jetzt gehen wir aber mal zum Roadmap Roundup. Und das ist ein richtig gutes. Ich wünschte manchmal, sie würden hier nicht immer dasselbe Bild verwenden. Das sieht ja auch langweilig aus. Bei Star Citizen gibt es so viele tolle Bilder. Kommen wir gleich noch zu. Zu ein paar mehr tollen Bildern, wo ich nicht ganz verstehe. Abendkeule. Schön, dass du auch da bist. Also. Roadmap Roundup. Erstmal, Surrender ist draußen. Komm, wir machen erstmal die negativen Nachrichten. Surrender ist nicht mehr drin. Das AI-Team hat es nicht mehr geschafft, die Law System Aufgebemechanik quasi mit reinzubringen. Die hätten da dran noch ein bisschen arbeiten müssen. Deswegen in 3.11 ist das jetzt drin. Das bedeutet, ihr deaktiviert zum Beispiel eure Waffen und Schilde oder komplette Schiffsenergie. Und dann könnt ihr ins Gefängnis transportiert werden, ohne dass ihr vorher explodiert seid mit eurem Schiff zusammen. Tja. Ah, und jetzt kommt das richtig geil. Der Moment, auf den wir seit Jahren gewartet haben. Bartender kommt mit 3.10 rein. Sie sind fertig. Mit dem Bartender. Ja, geil. Endlich. Ey, ich werde in jede Bar gehen. Na gut, ich werde in mindestens eine Bar gehen. Und aber mal sowas von die Getränke da bestellen. Eins nach dem anderen. Ich will gucken, wie ihr die Cocktails mischt. Ich will wissen, wie er sich verhält. Ich will immersiv in einer Bar drin hocken. Und wirklich das einfach nur mal genießen. Momentan stehen ja an manchen Bars nicht mal mehr NPCs. Oh, freue ich mich da drauf. Und dann haben wir es. Ja. Ja, dann haben wir es endlich. Wir haben es dann endlich. Endlich Bartender. Dann können, äh, dann, Proof of Concept. Sie haben eine, äh, AI, eine KI, ein NPC mit diesem komplexen System umgesetzt wirklich im Spiel. Und dann können sie endlich mal das nächste machen. Den Janitor. Schönen Hausmeister als nächstes. Ja, geil. Ne, das ist, glaube ich, das wäre tatsächlich zu komplex. Weil die müssen ja dann wirklich Dinge wegräumen, die, äh, dynamisch an Orten entstehen. Wie fallen gelassene Wasserflaschen und so weiter. Das sparen wir uns mal noch ein paar Jahre auf. Erstmal was weniger Anspruchsvolles. Oder? Ja, aber auf dem Stuhl. Das ist das Gute. Der Bartender steht. Gibt's keine Stühle. Sehr gut. Aber die ganzen Leute, die natürlich beim Bartender was ordern, die NPCs, die werden vermutlich auf den Stühlen wieder stehen. Also, ich würde auch sagen, ist Star Citizen jetzt eigentlich fertig, ne? Da brauchen wir noch was. Ähm, aber ich hab das, ich hab den Chat jetzt vermisst, wo ich jetzt ein paar Tage nicht gestreamt hab. Äh, und auch bei, äh, die YouTube-Kommentare sind abgegangen. Voll witzig, was ich da jetzt schon, ich hab noch nicht, äh, ich hab jetzt noch nicht geantwortet auf die meisten Sachen. Aber es sind echt witzige und informative Sachen da wieder passiert. Also, danke dafür. Äh, richtig schön. Lese ich immer gerne. Chaosmeister sollte man nicht unterschätzen. Ja, ja. Ich, ich bin auch dafür, dass er reinkommt. Ich sehe das auch auf Naidris als einen wichtigen Beruf, an den ich vielleicht auch selbst mal ausüben möchte. Einfach unterschiedliches Gameplay reinbringen, immer gut. So, Torret and Gunnery Improvements. Das bedeutet, sie werden jetzt in 3.10, das ist, das ist jetzt quasi, was ich jetzt erzähle alles, das ist bei 3.10 jetzt noch hinzugefügt worden. Ähm, sie bekommen ein neues UI. Also, Terme bekommen ein neues UI. Interessant. Und Fixed Weapons, und Terme sind ja quasi auch Fixed Weapons, halt auf nem rotierenden Dings, aber per se, die Waffen sind fixiert. Die werden mehr Computerassistenz bekommen. Was bedeutet, dass sie auch so halb Gimbals sind, und dann auch ein bisschen Auto-Aim haben? Also, das wäre das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte darunter. Fixed Weapons sind blöd. Ja, okay, dann gibt denen halt auch Auto-Aim, aber halt ein bisschen weniger. So stelle ich es mir momentan vor. Aber auch die Pips werden jetzt ein bisschen verbessert kalkuliert. Das bedeutet, hoffentlich werden sie nicht mehr so krass hin und her jittert. Natürlich, ich trinke auch mal nur. Ähm, aber vor allen Dingen bin ich gespannt auf den Computerassist. Und ich freue mich natürlich drauf, wenn Terme richtig funktionieren. Wir spielen ja im Community-Stream auch öfter mal mit Termen dann. Ähm, die sind da einfach ein wichtiger Bestandteil bei den meisten Schiffen. Vor allen Dingen auch bei der Carrack, ja. Und fixierte Waffen dann öfter mal, oder besser benutzbar machen, finde ich eine wichtige Sache. Finde ich eine wichtige und eine schöne Sache. Und ich hoffe, es funktioniert, so wie sie es angeteast haben. Der Electron Damage kommt natürlich mit rein, mit den neuen, äh, für die neuen Waffen dann natürlich auch, müssen, muss dann auch der, ups, äh, Waffenschaden dementsprechend mit drin sein. Und Law System V2 Impounding Improvements bedeutet, äh, dass ab sofort, ihr quasi nicht sofort ins Gefängnis kommt, wenn ihr ein Landing Pad blockiert, aber Pad Rammer trotzdem ins Gefängnis kommen, oder ein Crime Stat bekommen. Und dass ihr eine Anzeige bekommt, wann euer Schiff quasi euch unter dem Arsch weggespawnt wird, wenn ihr irgendwo was blockiert um eine Landezone herum. Das heißt, ihr kriegt nicht immer, äh, nur eine Ansage, ey, ihr blockiert, sondern ihr bekommt tatsächlich einen richtigen Timer. Finde ich eine sehr coole Sache. Ich finde es immer gut, je mehr Informationen, desto besser, dann wissen wir genau, ah, ich habe noch drei Sekunden, lohnt sich jetzt auch nicht mehr was zu machen, oder ich habe noch 40 Sekunden, da kann ich vielleicht sogar noch aussteigen. Ähm, das ist schon, ist schon cool, ist schon cool. Und auch die, ähm, die, 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 Kruger, Integralactic, P72 Archimedes Emerald, also die Archimedes in der grünen Variante, kommt mit ins Spiel. Okay, gut, ist ja quasi nur ein Skin, ist nichts Großartiges, aber für die Leute, die es haben, die können sich jetzt freuen. Und jetzt kommen wir nochmal zu ein paar schönen Sachen. Ihr habt es vielleicht schon im Hintergrund gelesen, die ganze 100i, äh, die, die ganze 100er Reihe von Origin wird mit 3.11 ins Spiel kommen. Richtig geil. Ein, ein weiteres, äh, Startership, auf das ich mich auch sehr freue. Ich denke, das wird, äh, wirklich eine gute Addition, ja. Wir haben noch kein wirkliches Luxus-Starterschiff. Wir haben die Pisces, ja, die zählt mit als, äh, Starterschiff meiner Meinung nach auch, weil, weil sie wird auch in einem Starter-Package mit angeboten und sie ist einfach ein bisschen fracht. Kannst im Zweifelsfall ein paar Leute mitnehmen, hast einen Sitz und hast halt, sei es 1 Waffen und ein paar kleine Raketen mit dran. Ist ein ganz valides Starterschiff. Dann hast du die Aurora, eindeutig kein Luxus, aber hat ein Bett. Die Mustang, sehr wendig, kein Bett. Und die 100i dann demnächst noch. Als wirklich Minimaleinstieg. Und dazu dann aber, und, und das ist wieder was, äh, cooles, die Variante natürlich noch mit der 125a, die Jäger-Variante, aber erwartet nicht so viel. Und die 135c mit mehr Frachtraum, auch da erwartet nicht so viel. Aber es ist cool, dass wir die Varianten haben. Und ich persönlich muss sagen, vielleicht hole ich es aus meinem Bayback auf die eine oder andere Weise zurück, weil ich denke, dass das ein cooles Schiff wird. Und vielleicht passt sie sogar in der Carrack rein. Das wäre natürlich nochmal ein Pluspunkt. Und, dann sind auch eine, ein paar Dinge ins Polish, abend Frees, gerutscht. Und das sind die im 50 Improvement. Okay, gut, nehmen wir hin. Restricted Area Rework. Also, das, was ich im Insights der Citizen besprochen habe. Das Insights der Citizen war so, meh. Also, mein Video dazu war so, meh. Das Insights der Citizen war gut. Und, äh, die Restricted Area Reworks sind jetzt in Polishing. Und, da habe ich auch schon Kommentare gelesen, die mich ein bisschen beruhigt haben. Ich habe ja gedacht, die kompletten No-Fly-Sons werden jetzt, blüb, komplett über die ganze Stadt, man kommt nirgendwo mehr hin. Dann wurde mich, wurde ich aber darauf hingewiesen, ich weiß gerade, tut mir leid, nicht mehr von wem, aber ich antworte noch auf deinen Kommentar. Ich hoffe, das reicht dir. Ähm, äh, der, der hat mich darauf hingewiesen, ja, momentan ist das ja wie so eine Schlucht oft und die müssen quasi diese ganze Geometrie ganz kompliziert machen, so wie sie es auch erklärt haben. Aber es geht wirklich nur darum. Es geht nicht darum, die kompletten, äh, komplett A-Corp quasi in die riesigen No-Fly-Sons zu hüllen, sondern wirklich nur, dass diese komplizierten Areale ab, äh, abgeschichtet werden und dann da rein quasi so ein Tunnel gepackt wird. Oh man, diese ganzen, ähm, und das finde ich wiederum, das halte ich tatsächlich für eine gute Variante und ich kann es mir vorstellen und ich denke, das wird, wird eine schöne Sache und ich finde das auch cool. Muss ich sagen, ich habe es mir da nochmal durch den Kopf gehen lassen und wenn ich mir dann so vorstelle, wie ich da bei so einer großen Landezone ankomme und dann wird mir der Hangar zugewiesen, da muss ich durch diesen, ähm, Schlauch da quasi durch. Ich glaube, das kann schon ganz cool sein. Dann natürlich auch die Thrust Efficiency Curves, da kommen sie gut voran, das ist, das sind Polishing und High Speed, Speed Combats, äh, High Speed Combats, High Speed Combats, was ja eigentlich Low Speed Combat heißen müsste, meiner Meinung nach, habe ich schon oft drüber geredet, ist auch in Polish. Ach übrigens, die Archimedes hier auch, ihr seht's, also die ist nicht nur hier hinzugekommen, sondern die ist auch direkt ins Polish gerutscht. Ja, wie gesagt, es ist letztendlich ein Skin, hoffentlich haben sie die Hülle schon auf das neue Skin-System gleich mit angepasst und dann passt das ja. Kalle fragt, warum hab ich nur das Gefühl, dass die Star Runner noch verschoben wird oder sogar vorher erst ganz rausfliegt? Vielleicht, weil sie erst bei neuen Tasks ist, aber nach dem, was wir immer in den Manfleer Reports über sie lesen, kommt sie eigentlich gut voran. Und auch, weil wir im Manfleer Report gelesen haben, dass sie neue Parts quasi vollendet wurden, an neuen Parts weitergearbeitet wurden, ist sie auf der Roadmap nicht aktualisiert worden. Also nehme ich an, ist die Roadmap vielleicht nicht ganz aktuell. Eventuell. Und ja, weil sich ständig alles verschiebt. Also ich sag nicht, dass es nicht passieren kann. Es kann auf jeden Fall passieren. Darin könnte es tatsächlich liegen, ja. Es ist definitiv eine Option. Die ganzen Links übrigens dann in der Videobeschreibung auf YouTube auch. nochmal zum Nachlesen. Und hier, Law System V2 Impoundment Improvements. Das bedeutet, euer Schiff wird, das hat nur was damit zu tun, dass das Schiff quasi eingezogen wird, wenn ihr irgendwo rumhängt. Und dann packen sie dieses reißerische Bild spöttisch dahin, was irgendwie suggeriert, dass man die Hände hochnehmen kann und die NPCs verhaften dich, was alles überhaupt gar nichts damit zu tun hat. Im Hintergrund wird schon jemand gezogen. Body Dragon kommt ja auch mit rein mit 3.10. Aber dieses Bild ist doch sehr reißer Busch, wenn man so möchte. Ja, aber da sieht man die ganzen Sachen, die dazu gekommen sind. Nach wie vor freuen wir uns natürlich auf die Elevator Panel Updates. Natürlich nur für die Utilitarian Fahrstühle. Ja, also, aber immerhin schon mal die, ne? Also das, fantastisch. Da freue ich mich immer noch am meisten drauf. High Speed Combat sehe ich immer noch am allerkritischsten in der 3.10 Roadmap. Und hier drüben sehen wir jetzt, ich wollte es nochmal, nur als kleiner Beweis hier. Erstes Season ist schon drin. Die 100. Reihe. Und vielleicht kommt in 3.10 noch was anderes. Da kommen wir dann gleich im Leak-Teil dazu. Aber ich mache erstmal alles Offizielle weg. Erstmal alle offiziellen Informationen und dann können die Leute abschalten, die die Leaks nicht hören wollen. Ich denke, das ist heute mal eine gute Methode, das zu machen. Dann wollte ich, wir bestrechen diesmal das Citizen Live nicht komplett, aber ich wollte zumindest es kurz abhaken. Vielleicht erinnert ihr euch an den April-Scherz von 2018 war es? Nee, 2016. Das ist lange her. Die Reliant in der Food Delivery Variante und ganz ehrlich, ich wollte sie haben. Sofort wollte ich sie haben. Aber sofort. Also ich meine, Food Delivery finde ich eigentlich eine coole Methode. Es ist ja letztendlich auch ein bisschen Trading, aber man hat vielleicht noch eine Zeitkomponente, weil man schnell dabei sein muss und ey, guck mal, hier so in den Great Cat Buggy so eine Big Benny's Ding rein. Alter, ich würde es machen. Ich würde es machen. Geil. Naja, und dann haben sie dieses lustige Video hier unten rangepackt. Fantastisch. Und ich glaube, wenn man irgendwo draufgeklickt hat, wo war es denn hier? Wenn man auf Buy Now geklickt hat, dann kam ein CIG, wie sie tanzen. Haha, haha. Naja, ich habe es einen Tag zu spät gesehen. Wenn man genau an dem Tag draufgeklickt hat, genau am 1. April, dann hat man glaube ich sogar irgendwas bekommen. Irgendwas, was Kleines. So. Äh, was? Star Runner verschieben? Nix da. Ja, dann ist auch bei mir alles vorbei. Ist wie mit der Carrack. Ist so, wenn ich sie die Carrack nochmal verschoben hätte, dann wäre ich aber sofort Refund. Ich will mein Geld zurück. Nein. Bei der Star Runner jetzt aber. So. Ja, also Nine Cat immer gut, aber das ist der Big Benny Song, der auch fantastisch ist. Und ich bin nur auf diesen alten April-Scherz nochmal eingegangen, weil das jetzt ein bisschen wieder aufkam, das Thema. Food Delivery. Wollen viele machen tatsächlich. Habe ich schon öfter gehört. Und ich persönlich bin dem auch nicht abgeneigt. Und im Star Citizen Live haben sie quasi scherzhaft, aber sehr sympathisch, sehr lustig. Also, das ist, es gab nicht so einen Aufschrei wie bei den Bubbles. Heads. Haben sie ein Crusader Delivery Ship quasi designt. Um ehrlich zu sein, sogar zwei. Das erste seht ihr hier ein bisschen, bisschen kleiner so. Mit außen angebrachten Essenscontainern. Und das zweite war dann ein bisschen größer. Es kann hier direkt die Big Benny's Automaten absetzen. Es ist eine lustige Angelegenheit. Und ich finde, so ein bisschen Spaß darf schon auch mal sein. Oder? Oder nicht? Ihr habt recht, das darf nicht sein. Kein Spaß. Kein Spaß. Kein Spaß. Das vierte Software AMA ist so informationsreich, dem widme ich dann nochmal ein eigenes Video. Ich habe es bisher nicht geschafft, mir das alles hier einzuverleiben. Aber das besprechen wir nochmal im Detail, wenn ich mir das alles einverleimt habe. Ich fand es auch voll witzig. Dann hier nochmal kleines Update. Wir aktualisieren nochmal. Bei wie viel sind wir? Interessiert mich jetzt nur bei 298 Millionen. Die 300 kommt. Die 300 kommt. Irgendwann. Naja. Vielleicht. Nudeln liefern ist aber, glaube ich, nicht meine Profession. Also, ja, muss ja nicht. Wenn jeder Nudeln liefert, dann wird es ja auch nichts. Aber ich möchte vielleicht ein paar Nudeln. meine Nudeln sollen das Weltall beglücken. Hier vielleicht für die Leute, die zumindest gerade live sind, eine interessante Information. Hoffentlich zu dem Zeitpunkt, wo das jetzt auf YouTube ist. Wo ihr das jetzt auf YouTube seht. Ist alles wieder gut, aber momentan sind die Server unter harten Wartungsarbeiten. Das ist auch schon eine ganze Weile. Man kann trotzdem teilweise spielen, aber manchmal mit Problemen. So. Genau. Wir kommen noch nicht ganz zu den Leaks. Eine Sache, worauf ich euch noch zeigen. Und zwar, sucht Turbulent gerade für ein, also das Entwicklerstudio mit dem CIG auch oft zusammenarbeitet oder eigentlich dauerhaft, sucht gerade nach einem Senior Art Director für Planetenentwicklung. Und das bestätigt ein bisschen meine Theorie, die ich neulich nochmal am Randweg gesagt hatte, dass CIG mehr und mehr ein bisschen zu einem Publisher wird und Turbulent mehr Verantwortung auch gibt, quasi als Publisher, wenn man so möchte. Sie arbeiten zusammen und so weiter. Sie haben beide Unternehmensanteile untereinander auch ausgetauscht beziehungsweise voneinander gekauft. Aber sie suchen jetzt quasi bei Turbulent jemanden, der Planeten erstellt für Star Citizen oder einen Planeten, glaube ich, geht es nur. Aber ist interessant, oder? Dass quasi die Tools von CIG jetzt schon so weit sind, dass sie die an andere rausgeben können, die dann wiederum für CIG Content produzieren fürs Spiel. Komplette Planeten eventuell. Und das ist ziemlich gut, denn ich spinne nur und das ist keine bestätigte Information oder so, dass natürlich dadurch dieses ganze Projekt ein bisschen die ganze Workload, die da auf CIG zukommt mit den 100 Sternensystemen ein bisschen tragbarer wird eventuell. Denn wenn natürlich andere Studios Planeten einfach und ganze Sternensysteme erstellen können, ist es tragbarer einfach. Und als Beispiel hat CIG in die Stellenanzeige dieses Video hier mit reingepackt, um zu zeigen, was für Planeten und wir sehen da Microtex, so wie es auch schon im Spiel ist. Also ist relativ aktuell, diese Stellenanzeige natürlich. Beeindruckt vielleicht den anderen Entwickler oder besser gesagt auch im speziellen Senior Art Director bei dem ganzen mitzumachen. Wäre interessant. Und jetzt kommen wir zu den Leaks. Also, falls ihr keine Spoiler wollt zu Star Citizen, geht nicht um Scrofen42, wer keine Spoiler möchte, zu dem, was so eventuell demnächst uns erwartet, der jetzt abschalten oder stumm schalten. Ne, ich zeige was, ich zeige was visuelles. Nicht stumm schalten, stumm schalten hilft nicht. Müsst ihr jetzt ausmachen. Ciao. Bleibt hier. Kommt, ist spannend. Ist nichts Großes, aber ist was Großes. Denn es geht um ein neues Mining, Vehikel, Bodenfahrzeug. Bodenfahrzeug von Greycat. Cool. Endlich kriegt dieser Hersteller nochmal ein bisschen was extra und ich bin ein großer Greycat Buggy Fan, weil er einfach nur das ist, was er ist. Nicht mehr, nicht weniger. Ist ein Buggy. Weißt du, was abgeht? Weißt du genau, was du bekommst? Vier Räder, kann fahren. Mehr ist es nicht. Aber er passt überall rein und das ist toll. Und übrigens hier, Star Citizen Leaks hat jetzt seinen eigenen YouTube-Kanal. Cool. Kann man machen. Und da hört man jetzt tatsächlich auch mal Hater sprechen. Ich habe ihn vorher nie gehört. Das ist quasi so eine kleine Interview-Situation zwischen Execute und Hater. Hater 115, so ist er bekannt oft. Und ich spule jetzt direkt mal vor hier, so sieht das Ding aus. Jetzt sagt ihr euch, hä, warum ist das Ding gezeichnet? Also auch so schlecht. Das sind wir anders gewohnt eigentlich von CIG. Es ist quasi eine Nachzeichnung, einfach weil Hater seine Quellen quasi schützen möchte. Vielleicht in den Bildern, die er gesehen hat, werden Informationen enthalten, die denjenigen entlarven würden, der die Leaks rausgibt von CIG. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen eine maximal offene Entwicklung hier haben und dafür sind die Leaks ja da. Dass wir halt noch ein bisschen mehr Informationen bekommen als CIG vielleicht freiwillig rausgeben würde. Und eventuell dürfte uns dieses Teil hier schon in 3.10 erwarten. Spekulation muss nicht sein, kann sich hier derzeit ändern. Und das ist ein Ein-Mann-Vehikel, relativ klein. Ich nehme auch an, so groß wie der Tumble Cyclone ungefähr, wenn man sich das hier so ansieht. Und das dürfte dann in ziemlich viele Fahrzeuge reinpacken. Der Mining Laser ist laut Aussage von Hater kleiner als der von der Prospector. Also quasi Prospector wäre jetzt Tier 1, Größe 1 und das hier wäre Tier 0, 0 oder auf jeden Fall kleiner. Ist nochmal kleiner. Das heißt, man kriegt damit eventuell, also es geht schon trotzdem nicht um Hand Mining, um diese ganz kleinen Dinge, sondern es geht schon um die größeren Steine, aber er kriegt die halt vermutlich noch ein bisschen weniger platt. Ob er Consumer Builds benutzen kann, ist fraglich. Er heißt übrigens Greycat Industrial Rock oder AOC. Aber Rock ist, er wird Rock genannt werden. Niemand sagt AOC. Ich meine, die Abkürzung Rockstein passt einfach, wie die Faust aufs Auge ist natürlich. Nehme ich an, auch so gewollt. Er wird wesentlich weniger, das sieht man schon am ganzen Design hinten, nehme ich an, wird er was lagern können. Er wird weniger aufnehmen können an Materialien und Mineralien als die Prospector zum Beispiel. Aber es ist cool und ich kann mir gut vorstellen, so ein Ding in der Carrack mit dabei zu haben, damit man sowas wie Quantanium abbauen kann. Und ich meine, stellt euch das vor, ihr seid ja im Asteroidenfeld, vorne Rampe auf von der Carrack und dann schießt ihr einfach mit diesem kleinen Ding die Asteroiden ab und versucht irgendwie quasi, dann isst die Carrack wirklich Asteroiden auf. Finde ich eine lustige Vorstellung, aber ist natürlich vor allen Dingen für Einsätze am Boden eigentlich gedacht. Coole Sache, wir haben auch noch mal ein Bild, eine hintere Ansicht. So, oder seitlich, seitlich, aber da sieht man, hier geht direkt der Schlauch hinten rein. Kein Windschutz oder sowas, also er ist wirklich nicht dafür gedacht als Explorer oder irgendwas in der Richtung. Seid vorsichtig, wie wenn ihr in den Auslegern von der von der Mall seid, ja da habt ihr auch keine Schutz, also keine Fensterscheiben oder so. Hier ähnlich, Mining ist gefährlich, wenn ihr es gefährlich macht. Also immer schön stay safe und nur, wenn es sicher ist, in so ein Gerät einsteigen. Hat er auch einen Scanner dabei? Ich gehe davon aus. Wäre sonst extrem blöd, wenn er quasi auf gut Glück Mining betreiben müsste. Aber da ist ja natürlich praktisch zum Beispiel, wenn man ihn zum Beispiel in der Carrack hat. Die Carrack hat Mining Scanner quasi an Bord. Zumindest, soweit ich weiß, kann man damit Steine schon jetzt im Spiel finden. Aber er wird auch auf andere Schiffe passen. Ich nehme an, sowas wie die Cutlass natürlich. Und dann muss man vielleicht auf Augensicht, das sieht aus wie einen, den ich abbauen kann. Dann fliegt man hin und scannt dann mit dem, ob es tatsächlich einer ist. Müssen wir alles sehen, wie es tatsächlich geht. Ich nehme an, er wird teurer werden, als er es vielleicht wert ist in Anführungszeichen. Ich nehme an, er könnte 60, 70 Euro teuer werden. Ich hoffe aber auf wesentlich weniger. Ich hoffe auf 40, maximal 50 Euro. Sodass man eben sagen kann, ist ein kleiner Rover, man kann was damit machen, man kann auch endlich mehr Geld mit einem Bodenfahrzeug wirklich verdienen. Und wir müssen dann halt gucken, wie es ist mit dem Verkauf davon. Ich nehme an, es funktioniert ganz normal, man parkt ihn in einem Schiff, die Cargo Grids werden sowieso automatisch dann ineinander quasi verschwurbelt. Und wenn man dann irgendwo landet, kann man quasi aus dem Schiff heraus die Sachen verkaufen. oder aus dem Rover raus, aber über das Display, weil man mit dem Schiff gelandet. Werden wir dann sehen, wenn es reinkommt. Und ich denke, also laut Aussage von Hater und den Bildern, die er gesehen hat, ist das Ding schon relativ fertig aussehend. Könnte interessant werden. Das wird was für Handmining Nodes, denke ich. Daher sieht man auch nicht mehr auf dem Scanner. Also das Ding ist nicht für Handmining ausgelegt. Wäre ja auch ein bisschen komisch, dass man dann auf einmal ein riesiges Gerät braucht, wo man vorher nur quasi eine Pistole dabei haben musste, ein Multitool. Es ist für richtige große Steine ausgelegt. Das stelle ich mir schon lustig vor, wenn man zwei dann dabei hat, dass man dann auch wie mit der Prospect, der jetzt manchmal größere Steine dann so abbauen muss. Wird eine interessante Sache. Wird eine interessante Sache. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn ja, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn nicht, ja gut, dann hinterlasst halt eine Bewertung. Ja, aber eher, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr es schon bis hin geschaut habt. Bleibt im Stream jetzt gerne dran für schön Trading. Ich habe eine Route rausgesucht. 50.000 Alpha USD ist das Ziel heute. Darunter gebe ich mich nicht zufrieden. Eine Route jetzt. Ich habe was rausgesucht. Wir werden das hoffentlich schaffen mit der Carrack. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald.